Wir erleiden, Sie ein kurzes Video zu sehen. Wir hoffen, dass es Ihnen gefällt. Unsere Aufgabe ist es Ihnen zu beschreiben und Sie auch dazu zu überreden. Schöne polnische Orte zu besuchen. Krakau und Wieliczka. Zwei Städte, bald weit bekannt. Beide haben ihre getrennte, aber auch so bunte Geschichte. Also lasst uns anfangen. Barbakan in Krakau ist der nördlichste Teil der Stadtbefestigung in Krakau. Die Grundstein-Einlegung für den Bau hat der polnische König Jan Olbracht vollbracht. Das ist zugleich das starkste Element der defensiven Befestigungsanlagen. Barbakan wurde im 15. Jahrhundert erbeugt. Der Wawel ist die ehemalige Residenz der polnischen König in Krakau. Die Burkanlage liegt auf einem Höger, 228 Meter über dem Meer Spiegel, über der Weißel. Zusammen mit der Krakauer Altstadt ist die Weltkulturerbe der UNESCO. Hier befindet sich das Königsschloss auf dem Wawel, die Sankt-Fenzels-Kathedrale, die Sankt-Stanislau-Kathedrale. Dring ist unter anderem die Wawel-Kathedrale zu sehen, wo in der Gerüfte polnische König und berühmte polnische Künstler bestattet würden. In der Wawel-Kathedrale finden Sie den Sigismundus-Glockenturm mit der bekanntesten Glocke Polens Sigismundus. Die Tuschhallen in Krakau Das historische Tuschhallen-Gebäude befindet sich im zentralen Teil des Marketplatzes in Krakau. Die Tuschhallen wurden im 13. Jahrhundert gebäut. Am Anfang waren es Holzmarktständer, wo Tusch verkauft wurde. 1300 wurde die Gäste und Stände mit einem Dach bedeckt, sodass sie mehr als eine Markthalle auszusehen baggern. Heute unterscheidet sie sich wesentlich von ihrem ursprünglichen Original. Der Salzberg Velickka hat neun Säulen. Die erste Säule geht bis zu einer Tiefe von 64 Meter, während die letzten 327 Meter unter der Erdobelfläche liegt. Den Besuchern wurden die ersten drei Säulen zur Verfügung gestellt. Seit kurzem konnten sie auch die Bergbau-Route besichtigen. Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit und beste Grüße. Der Film wurde vorbereitet von Boazzei Zaporowski und Maci Mojko für das Edwini-Projekt Digitale Reisen, Polen, Schweden. Tschüss!